Was? Unbefugter Zugriff. Ein Programm. Jemand ist drin. Wie lange dauert es, sie aufzuspülen? Hallo? Mit der digitalen Macht alles zu verändern. Es ist wie ein trojanisches Pferd. Die hacken in den Computer und verursachen dieses Chaos. Sie können alles damit tun. Ja, sie ist ihr Problem. Lösen Sie es. Die haben alles manipuliert. Die haben meine Daten, meine Fingeraufdrücke manipuliert. Die Polizei sucht jetzt nach Ruth, Max. Ich bin Angela Barrett. Geben Sie uns die Diskette und wir geben Ihnen Ihr Leben zurück. Sandra Bullock in... Was versuchst du hier zu tun? Die Welt retten? Nicht die Welt, nur mich selbst. Das Netz auf Universal TV.